Hallo Leute, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film League of Super Pets. Worum geht es in diesem Film? Ja, in diesem Film geht es weniger um die League of Justice, wie Superman, Batman, Wonder Woman etc., sondern es geht mehr um Supermans Hund, Krypto, der natürlich auch damals, als Krypton zerstört wurde, mit in diese Kapsel auf die Erde gelangt ist und seit jeher natürlich Supermans bester Freund ist. Aber Superman verliebt sich natürlich auch mehr und mehr in Lois Lane und Krypto denkt natürlich, er ist dann irgendwann nur noch die zweite oder dritte Geige. Was natürlich dann auch immer mehr zu Problemen kommt von Superman und Krypto, weil es dadurch immer mehr Ungereimtheiten gibt. Und ja, Superman möchte natürlich dann Krypto ein bisschen, sag ich jetzt mal, einen Freund besorgen und geht in ein Tierheim, wo dort natürlich verschiedene Tiere sind. Unter anderem natürlich auch ein Meerschweinchen, das schon mal bei Lex Luthor war. Und an diesem Meerschweinchen wurden diverse Experimente mit orangenen Kryptonit herbeigeführt. Und dieses Kryptonit tut Superman nicht schwächen, tut Superman nicht stärken, aber es verleiht Tieren dadurch unmenschliche Kräfte. Und ja, da dieses Tier momentan jetzt nicht innerhalb von diesem Kryptonit-Radius ist, hat dieses Tier nur die Möglichkeit, mit anderen Tieren zu sprechen. Aber eines Tages, durch einen Zufall, kommt in dieses Tierheim natürlich dieses orangene Kryptonit rein. Und alle Tiere, die dort sind, bekommen dadurch verschiedene Fähigkeiten. Und dieses Meerschweinchen, das bei Lex Luthor war und auch ein großer Fan von Lex Luthor noch ist, greift mit seinem Trupp die Justice League an und kann diese auch bezwingen. Nur, es sind nicht alle Tiere in diesem Tierheim böse, sondern es gibt auch welche, die gar nicht böse sind, beziehungsweise die einfach so vor sich hin leben. Und ja, unser Krypto braucht dann natürlich Hilfe und findet dann natürlich ein paar Leute aus, äh, ein paar Leute, ein paar Tiere aus diesem Tierheim und verbündet sich mit denen, um die anderen zu retten. Ja, so kann man das ungefähr zusammenfassen. Ja, was gibt es Positives zu sagen? Also, die Animationen sind cool, die Story ist für einen familienfreundlichen Film auf jeden Fall auch super. und, ähm, der Film macht schon Spaß. Also, das muss ich sagen. Also, ich habe mich ein paar Mal richtig gut, ähm, beäumelt. Also, das ist schon richtig gut. Aber geht man ein bisschen weiter in diesen Film, ein bisschen tiefer in den Film. Also, die Justice League fand ich ein bisschen sehr, ja, teilweise sage ich jetzt mal, tollpatschig dargestellt. Klar war natürlich vielleicht für die Story, weil der Fokus ja mehr auf die Tiere liegt. Aber womit ich echt ein Problem hatte, das war die Synchronisation. In Amerika ist die Synchronisation viel besser besetzt als hier in Deutschland. Also, ähm, Krypto wird zum Beispiel besprochen von Drain the Rock Johnson, der auch den Film mitproduziert hat. Dessen deutsche Synchronstimme ist zwar dabei, mit der habe ich auch überhaupt kein Problem. aber zum Beispiel in Amerika ist zum Beispiel noch ein Kevin Hart dabei als Synchronstimme, ein Keanu Reeves zum Beispiel, ein John Krasinski zum Beispiel. Und was haben wir in Deutschland? Also, die schlimmste Stimme, die ich finde, ich finde diese Person als Comedian absolut vollkommen in Ordnung. Aber ich fand Thorsten Sträter als Batman absolut nicht gut. Emilia Schüle als, ähm, Lois Lane fand ich jetzt auch nicht wirklich gut. Was mir aber schon wieder besser gefallen hatte, war jetzt zum Beispiel Taneb in der Rolle von Lulu. Also, da, das fand ich schon wieder in Ordnung. Das hat auch gepasst und so. Aber, boah, also mit der Synchronisation habe ich mir teilweise echt schwer getan. War teilweise echt nicht wirklich gut gewesen. Aber, ja, wie gesagt, der Film ist ein Familienfilm. Der muss einfach nur Spaß machen. Der muss jetzt nicht in allen Bereichen gut sein. Aber trotzdem, das ist definitiv ein Punkt. Also, gerade bei so Animationsfilmen, finde ich, steht und fällt so ein Film auch mit einer richtig guten Synchro. Und ich finde, da haben wir in Deutschland viel besser Synchronsprecher. Anstatt irgendwelche Celebrities einfach mal da reinzupacken und macht mal. Die haben sich wahrscheinlich auch Mühe gegeben. Gebe ich, spreche ich denen auch gar nicht ab. Aber ich fand es nicht stimmig. Es hat irgendwo einfach, ist da der Funke nicht übergesprungen. Ich fand es nicht gut. Ja, und was ich dem Film für eine Bewertung gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop Alles, was ihr braucht. So, da sind wir wieder. Also, fassen wir mal kurz zusammen. Der Film macht Spaß. Der Film legt den Fokus nicht auf die Justice League, sondern auf die Tiere. Der Film ist auf jeden Fall was geeignet für eine komplette Familie, die auch mit ihren Kindern ins Kino geht. Aber man sollte als Comic-Fan und so weiter nicht so tief ins Detail gehen. Weil da ein paar Sachen sind, die halt vielleicht den einen oder anderen auch nicht gefallen. Mir teilweise eingeschlossen. Somit gebe ich den Film. Für das, was er ist, ist er ja gut. Aber die Synchro fand ich scheiße. Zum größten Teil. Die Deutsche vor allen Dingen. Ihr Totenköpfe. Also ein Totenkopfabzug, das ist schon sehr gnädig, finde ich. Weil so ein Film halt mit einer guten Synchro steht und fällt. Ja, das war die Filmbewertung für diese Woche. Was nächste Woche kommt, muss ich mal wieder gucken. Weil es momentan einfach ein bisschen kompliziert ist. Beziehungsweise schwierig ist, manchmal einen vernünftigen Film zu finden. Aber irgendwas werde ich schon finden für euch. Und dann werde ich euch davon auch wieder berichten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020